Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Erster Formel-1-Sieg für Lando Norris, emotionale Dankesworte an Fans. Triumph für Lando Norris, Eroberung des Siegestreppchens in der Königsklasse des Motorsports. Es war ein Sprint, der im letzten Rennen von Lando Norris buchstäblich zu Gold wurde. Nach seinem beeindruckenden ersten Formel-1-Sieg jubelte er über sein Teamradio. Ich liebe euch alle. Die Freude und Erleichterung waren in seiner Stimme deutlich zu hören. Norris, der junge McLaren-Fahrer aus Großbritannien, setzte sich in einem spannenden Wettkampf durch und griff die wohlverdiente Trophäe bei der Formel-1 in Miami ab. In einem packenden Kopf-an-Kopf-Rennen behielt Norris kühlen Kopf. Mit seinem leidenschaftlichen Drang, als erster die Ziellinie zu überqueren, konnte er den Sieg nach Hause fahren. Der junge Brite stand dabei stets mit seinem Team McLaren in ständiger Kommunikation, um die optimale Strategie für die Rennphase zu bestimmen. Norris zeigt eine beeindruckende Saisonleistung und ist auf dem besten Weg, dem Fahrer-Elite der Formel-1 beizutreten. Es ist eine bemerkenswerte Entwicklung für den 24-Jährigen, der erst seine vierte Saison in der Königsklasse des Motorsports bestreitet. Norris hat sich außerdem das Privileg erarbeitet, das bisher jüngste britische Talent zu sein, das bisher einen Grand Prix gewonnen hat. Eine Errungenschaft, die seinen rapide Aufstieg innerhalb des Sports unterstreicht. Dieser historische Moment spielte sich auf dem Miami International Autodrome ab, einem Austragungsort, der seit langem als Paradepferd des amerikanischen Motorsports gilt. Die Rennstrecke in Miami, Florida, ist bekannt für ihre einzigartige Mischung aus Highspeed-Geraden und technisch anspruchsvollen Kurven, was sie zu einer der aufregendsten und unberechenbarsten im Formel-1-Kalender macht. Norris hat seine unglaubliche Leistung mit außergewöhnlichem Können und bemerkenswerter Beständigkeit auf einer der anspruchsvollsten Strecken der Welt demonstriert. Die Anstrengungen, die er und sein Team McLaren bei der Vorbereitung auf dieses Rennen gezeigt haben, haben sich sicherlich ausgezahlt. Wie Norris selbst sagte, es ist unbeschreiblich. Es war ein harter Kampf, aber wir haben es geschafft. Ich kann nur dankbar sein für alle in der Mannschaft, die mich unterstützt und dabei geholfen haben, dies möglich zu machen. Nach einem so außerordentlichen Sieg ist es kaum zu glauben, dass Norris noch viele Jahre in der Formel-1 vor sich hat. Alle Augen werden auf ihn gerichtet sein, wenn er versucht, seine bisherige Leistung in den kommenden Rennen zu wiederholen und womöglich eine Führungsrolle im Kampf um den Weltmeistertitel einzunehmen. Sein Sieg in Miami ist ein aufregender Vorgeschmack auf das, was wir von diesem jungen Talent in der Zukunft erwarten können. Es ist ein Beweis dafür, dass Englands neuestes Motorsport-Phänomen nun bereit ist, sich mit den Besten der Besten in der Formel-1 zu messen. Es versteht sich von selbst, dass die Formel-1-Welt nach diesem beeindruckenden Meilenstein gespannt auf Norris' weitere Karriere blicken wird. Wenn sein bisheriger Aufstieg und sein jüngster Sieg irgendein Hinweis sind, dann beschreitet er gerade seinen Weg zur Legende des Sports. In der Zwischenzeit würdigt die Motorsport-Welt die bemerkenswerten Leistungen von Lando Norris, einem Fahrer, der sich in der beliebtesten Motorsport-Serie der Welt durchgesetzt hat und dessen erster Grand Prix-Sieg mit Spannung erwartet wurde. Und nun, da es passiert ist, können wir nur hoffen, dass es der erste von vielen weiteren Siegen in seiner jungen, aber bereits vielversprechenden Karriere sein wird. Autor Anita Farke, Datum Montag, 6. Mai 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.